Musik Mein Name ist Matthias Sembacher, ich bin gelehrter Landwirt und Metzger. Ich bin speziell sicher, dass wir fast auf 1000 Meter Bauern in der Bergzone 2. Wir haben das Glück, dass wir viel ebeniges Land haben, aber auch etwas Stotziges. Darum habe ich mich für einen Terratrac 2 Elfer entschieden. Einsetzen werden wir den 2 Elfer sicher zum Mähen, zum Schwadern, sicher auch zum Gülnen. Wenn man sonst zum Teil Arbeit auf dem Feld hat, ist es sehr bodenschonend. Ich denke auch im Frühling zum Zaunen, es ist eigentlich allrounder. Auf das freue ich mich, dass man die Maschine für alles einsetzen kann. Ich denke im Winter braucht man ihn sicher ein wenig weniger. Aber jetzt sogar zum Schnee schnitzen, braucht man sicher auch ihn. Aber ich denke die Stunde wird er vor allem im Sommer machen. Ebi ist eine Schweizer Marke, ein Schweizer Produkt, ein typischer Schweizer Produkt. Er hat einen guten Namen, bekannt für gute Terratracs. Und was mich auch freut, sie engagiert sich seit Jahren im Schwingsport. Und ich glaube das passt zusammen. Ehrlich nicht unbedingt ein Bezug zu den Edelweiss-Hemmli, aber immer Freude, wenn jetzt zum Beispiel gerade unsere Kinder Edelweiss-Hemmli hinhaben. Und das gefällt mir und es ist doch typisch Schweizerisch. Die Kinder Edelweiss-Hemmli, die sich in der Welt zu machen über